Hallo Rollenspiel und Zwergenfreunde. Willkommen zu meinem neuen Projekt mit dem Namen Dust an Elysian Tail. Ja was ist das für ein Spiel? Die meisten werden es wahrscheinlich nicht kennen, weil es ein kleines Indie-Nischen Spiel ist. Es ist ein Sidescrolling-Action-Rollenspiel. Also wer mein Twine Let's Play kennt, sowas in der Art nur um einiges toller wie ich finde. Und das ist auch der Grund warum ich es Let's Playen werde. Ja, ich habe hier schon mal reingeguckt, die ersten zehn Minuten ungefähr. Also wird es ein Blind Let's Play größtenteils. Und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut. Und ich hoffe ihr werdet Spaß daran haben. Also wir starten ein neues Spiel. Ja, der Hinweis, dass es eine Autosave-Funktion gibt, aber wir auch selber speichern können, weil beim Autosave halt der Spielstudium überschrieben wird. Also wir nehmen Speicherstand 1 oder klicken hier einfach auf das Häkchen für neu. Und können hier den Schwierigkeitsgrad auswählen. Casual nehmen wir auf gar keinen Fall. Wir nehmen einfach mal normal. Damit wir das Spiel auch genießen können und es nicht zu einfach ist. Also los geht's. unser Welt hat fallen zu Fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium, long since forgotten. What was once a land of promise, has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysium tales began. The lone warrior stood against an army slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Das. Ja, das war das Intro sozusagen. Obwohl ich schon selber ein bisschen eingreifen konnte und als dieser komische Krieger, als dieser Schatten gegen die eher bauernhaften Gegner kämpfen konnte. Ja, wie man merkt, das Spiel ist größtenteils synchronisiert. Zwar auf Englisch. Ich hätte gerne gerne auf Japanisch gehabt, weil man sieht es schon, es ist so ziemlich japanisch angehaucht und aber ja, es geht leider nur Englisch. Aber wie man hier jetzt schon sieht, einer der Gründe, warum mir das Spiel so gut gefällt, ist das Art Design. Also die ganzen gezeichneten Umgebungen und alles. Und wie ich schon sagte, das Spiel ist synchronisiert. Also werde ich, während den Dialogen die Klappe halten. Der deutsche Untertitel kommt ja hier und ich lasse euch genug Zeit zum Lesen. Also machen wir weiter. die Klappe halten. Die Klappe halten. Die Klappe halten. Und wie? Für welches Ziel? Die Klappe halten. Das weiß ich nicht. Aber wir werden lernen in Zeit. Und das hier ist der zweite Grund, warum ich das Spiel so toll finde. Zuerst kommt da ein fliegendes Schwert und sagt, nimm mich mit. Ich zeige dir den Weg. Und dann kommt auf einmal dieses knuffige Etwas hier und guckt ganz bedrückt rein. Da kriegt man fast schon den Zuckerschock. Ja, das ist Fidget. Sie ist die Hüterin des Schwertes, was wir jetzt in den Händen halten. Aber wie eine Hüterin wirkt sie nicht unbedingt. Er wie ein süßes Kleid ist. Ich weiß nicht, so eine Art, so eine Mischung aus Fuchs und Pixie soll sie wahrscheinlich darstellen. Aber richtig knuffig. Sie ist sozusagen unser Sidekick in dem Spiel. Auch wenn sie nützlicher ist als gewisse andere Sidekicks, die nur dauernd schreien. Hey, hör mir zu. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ja, wir können jetzt allspielmäßig einen Dialog mit dir führen. Sagen wir erstmal, du siehst mir nicht aus wie eine Hüterin. Ja, der Blick ist auch toll. Ja, Stellenausschreibung ist es gut. Stellt euch mal dieses kleine Etwas hier vor mit der Zeitung in der Hand, wie sie da Jobpörse rumsucht nach einer neuen Stelle. Ja, dein Name ist Fidget. Ja, wir erinnern uns natürlich nicht an unseren Namen. Dieses typische Amnesie-Szenario, wo der Hate am Anfang vergisst wäre, ist. Ja, er heißt Dust. Das Schwert scheint es zu wissen. Ja, und was ist das eigentlich für ein Schwert? Ja, sie kommt hier an und wird uns gleich wieder das Schwert abnehmen. Ganz nett. Ja, sie kommt hier an und wird uns gleich wieder das Schwert abnehmen. Ganz nett. Ja, wirklich Amnesie-Totale. Und nur das Schwert weiß unseren Namen. Hm? Hm. Gut, dann dann verlässt du mir kein Geld. Ich ... Ich versuche dich! Der Winters hat eine Sorte! Und jetzt fordert uns dieses kleine knuffige Etwas zum Kampf heraus, aber wir gehören nicht zu der Sorte, die so was Abends Kleines schlägt. Also, eh eine Sekunde. Ich finde Fidget so genial, auch wenn der Name ein bisschen unpassend ist. Ich muss da immer an Shakes und Fidget denken und sie sieht nicht aus wie ein kleiner, unfähiger Gnom. Was genau mache ich genau, Ara? Die Antworten, die Sie suchen, liegen in den Osten. Es ist ein Weg durch die Glade, der nach dem Mautenflug führt. Und von dort finden Sie eine Stadt. Das ist Ihr erste Schritt. Dann gibst du mir die Schwert? Ich muss es wirklich zurück nach Hause bringen, bevor jemand sich merkt, dass es... gone ist. Ich muss sagen, dass ihr Ärger kriegt, wenn jemand herausfindet, dass wir das Schwert haben. Wenn ich herausfinden, was es ist, was ich mit dem tun soll, ist es alles Dein, Fidget. Komm schon, lass uns gehen. Nach Osten gehen. Oben rechts ist unsere Statusanzeige. Also wir haben gerade 65 von 80 Lebenspunkten. Wir starten also nicht mit vollen Lebenspunkten. Wir sind Level 0 und haben 0 Gold. Ja, und oben rechts sieht man unsere Karte. Die ist so ein bisschen Metroidvania-mäßig aufgebaut. Aber sie hilft uns, glaube ich, uns zurechtzufinden. Gut. Wir sollen also nach Osten. Aber vorher gehen wir nach Westen. Weil hier sind erstmal Hoppelhäschen. Aber auch ein kleines versteckter Schlüssel. Also es rennt sich immer mal in solchen Spielen mal kurz nach links zu gehen. So, dann wollen wir uns mal aufmachen. Nach Osten. Kleine Zwischensequenz. Wir sehen eine Truhe. Und haben die Lichtung betreten. Kleiner, lauschiger Ort. Und ja, mit der Leertaste können wir springen. Und mit W und S können wir eben nach oben und unten gucken. Und dann blockiert ein Stein uns den Weg, den wir wegschlagen können. So. Und in dem Stein ist leckeres Hühnchen. So. Das Hühnchen des Heilzeugs. Ich unterbreche mal hier. Ja, genau. Fidget hat die Fähigkeit uns zu sagen, wenn in der Nähe Schätze sind. Was sehr praktisch ist. So wissen wir, ob es hier noch etwas gibt. Also, wie ich gerade sagen wollte, das Hühnchen ist ein Heilgegenstand. Den sieht man jetzt oben unter unseren Lebenspunkten. Und wenn ich jetzt hart drücken würde, würde der verbraucht werden und wir würden uns heilen. Aber das Hühnchen, das wir aus einem Stein haben, das heilt ziemlich viel. Deswegen wäre das für den Anfang Verschwendung. Schnappen wir uns lieber hier diese Fähigkeitssphäre. Das ist auch ein bisschen so Metroidvania-mäßig. Dass wir Fähigkeiten von solchen Sockeln kriegen. So. Jetzt haben wir den Spurt. Jetzt können wir mit Q und E diese Aktion hier machen. Um Gegnern auszuweichen. Aber man sieht schon, diese brennende Leiste wird dabei kleiner, wenn wir das einsetzen. Das ist sozusagen unsere Fähigkeitsenergie. So, und jetzt nachdem wir die Fähigkeit eingesammelt haben, sagt uns Fidget, dass wir mit S und Leertaste nach hier unten können. Genau. Können wir hier runter und hier die Wand einschlagen. So. Da ist noch ein Hähnchen drin. Und eine Notiz. Notizen werde ich vorlesen, wenn wir welche finden. Ah, wir haben Missionstagebuch. Also das Tagebuch hier sind die offenen Quests, die abgeschlossenen und halt die Notizen, die wir finden. Notizschatz. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. Ja. Falls es noch niemandem aufgefallen ist, wir sind kein Mensch, wir sind eher so eine Art Fuchs oder ich würde eher sagen, von der Farbgebung hier ein Wolf. Also, ich glaube Menschen gibt es hier gar nicht. Und ja, wir haben die Truhe gefunden, die wir gerade am Anfang gesehen haben, als wir die Lichtung betreten haben. Und ja, Fidget geht gleich zur Sache, schlagt die Truhe auf. Ganz gewalttätig. Ja, aber wir haben auch einen Schlüssel. Und wenn wir jetzt hier W drücken, können wir die Kiste benutzen. Und Fidget sagt uns sogar, wie viele Schlüssel wir haben. So, jetzt kommt ein kleines Minispiel, was eigentlich ganz einfach ist. Wir müssen nur die richtige Richtung drücken. So, und schon geht die Truhe auf. Und wir kriegen Gold und Schätze. So, dann gucken wir mal kurz ins Inventar. Wir haben einen Stein der Wiedergeburt bekommen. Damit, falls wir sterben sollten, stehen wir damit einfach wieder auf. Und das hier sieht man schon, ist unser Inventar. Aber bevor ich das erkläre, mache ich erstmal kurz ein... Ne, halt, das ist die erste Folge, die mache ich etwas länger. Sorry. Also, das hier ist das Inventar. Hier seitlich sehen wir noch unsere Statuswerte, weil die Ausrüstung ja auch halt auf die Statuswerte Einfluss hat. Das hier ist die schnelle Auswahl. Hier können wir unsere Heil-Items aussuchen. Wir nehmen erstmal den Fruchtappen hier, weil man sieht, dass das geheimnisvolle Wandhuhn... Dieses komplett gekochte, gewürzte Huhn steckt in einer Wand. Seine Herkunft ist unbekannt. Naja, lecker. Aber das heilt 80 Gesundheit. Das würde uns also einmal voll machen. Der Fruchtappen halt nur 20 Gesundheit. Das reicht also für den Anfang. So, wir haben noch einen Rüstungsslot. Wir haben einen Upgrade-Slot für unser Schwert Ara. Also, wir kriegen keine neuen Waffen. Das ist unsere einzige, aber wir können sie halt upgraden. Und Ringe und eine Halskette. Also, wie man es aus so manchem anderen Rollenspiel ein bisschen kennt. Und das hier so eben unser Objekt und Schlüssel sagt. Also, hier sind Quest-Items und Schlüssel und so besondere Items drin. Dann haben wir noch den Charakterscreen. Also, ja, es gibt ein Leveling-System, wie ich bereits sagte. Wir sind ja noch Level 0. Und bei jedem Level Up können wir halt einen Punkt verteilen. Wir sind in Gesundheit, Angriff, Verteidigung. Gut, also wir können sogar Fidget verbessern. Ja, hier steht es genau. Fidget kann Geschosse verschießen. Und einen Staubsturm. Keine Ahnung, wie das genau dann nachher aussieht. So weit war ich noch nicht. Wie gesagt, das ist ja größtenteils blind. Hier haben wir nochmal die Karte. Also, wir sind im Augenblick auf der Lichtung. Haben 12% schon von ihr abgeschlossen. Also von der Lichtung. Und 20% der Schätze gefunden. Hier unten können wir uns auch noch die Legende ansehen. Also, Kartenteile, die gepunktet sind, haben wir bereits vollständig gesäubert. Wenn ein Kreis da ist, gibt es noch einen Schatz. Läden sind gelb, Speicherpunkte blau und Wettkämpfe sind rot markiert. Und der Zielort ist eben diese Flagge hier, wo wir als nächstes hin müssen. Das Questlog habe ich euch schon gezeigt. Da gibt es noch hier Materialien. Also es gibt ein kleines Crafting System. Wobei ich auch noch nicht weiß, wie das funktioniert. Wir haben eh noch gar keine Materialien. Und Statistiken. Also, Gesamtfortschritt schon 2%, aber der Vorsteller wählt gerade mal 1%. Wir sind also noch immer am Anfang. Gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Hier kommen wir noch nicht durch. Dafür brauchen wir wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit, eine neue. Verwandeln wir uns in einen Morphball oder so. Nein, das wäre vielleicht etwas zu übertrieben. Aber gut. Wie man sieht, dieser Bereich ist blau. Also gibt es hier schon mal den ersten Speicherpunkt. Und eine Zwischensequenz. Das Reh läuft weg. Und die ersten Gegner tauchen auf. Und Fidget kriegt einen Herzinfarkt. Ja, ich soll die Knöpfe drücken und etwas tun. Ja. Armes kleines Fidget. Und ja, das ist unser erster Kampf. Das sind nur ein paar Gegner, also nichts Hartes. Wäre ja auch zu gemein. Wenn sie Angst hat, ist sie irgendwie noch putziger, finde ich. Ja, also wir kontrollieren Ara und auch die Fähigkeiten. Ich sehe keine Monster mehr, Fidget. Ich sehe keine Monster mehr, Fidget. Ich sehe keine Monster mehr, Fidget. Fidget. Ich denke, es geht um ein ganz viel schlimmer zu werden. Fidget. Und ich denke, es hat heute Abend so gut angefangen. Fidget schenkt uns fünf Äpfel. Das ist schon mal sehr gut. So, und das hier ist der erste Speicherpunkt. Hier können wir uns ergeblich auch irgendwann teleportieren, wenn wir Zugriff auf die Weltkarte haben. Aber im Augenblick wollen wir nur speichern. So, und an dieser Stelle mache ich jetzt wirklich mal einen Cut. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.